Hallo und willkommen zurück meine lieben Rollenspiel- und Dungeonfreunde zu Legend of Grimwork Labyrinth of Lies. Ja, wir haben in der letzten Aufnahmesession endlich wieder mal ein bisschen Fortschritt gemacht, nachdem wir Nahrung gekriegt haben. Wobei die beiden schon wieder eher schlecht aussehen und unser Nahrungsvorrat recht klein ist. Ja, von mir aus geht's so. So, wir müssen jetzt in dieser Richtung dann gucken, weil hier war nichts mehr und unten hier haben wir uns auch schon alles angesehen, außer wir könnten jetzt vielleicht in die Mitte kommen. Ja, und er hat schon Hunger. Fängt ja gut an. Also da unten kommen wir noch nicht rein. Das hier haben wir alles gemacht gehabt. Hier steht ein Oker. Den wir ausschalten sollten. Ja, die Giftpfeile, die machen halt wirklich nicht viel Schaden. Wie soll sie vielleicht mal bei Gelegenheit anders verzaubern? Und weg ist der Oker. Hat wieder Knochenzeug fallen gelassen. Oh, und jetzt bist du überladen. Ein gehörter Schädel noch. Das Ding ist zu schwer für dich. Dann kommt das mal zu ihr hier. Und meine beiden Fernkämpfer haben wieder Hunger. Okay. Ich mach mal mit der F5 ein Quicksave, bevor ich hier reingehe. Ah, falscher Zauber. Und richtiger Zauber. Oh. Hallo. Kannst euch hierher zurückkommen und sterben. Dankeschön. Und du auch. So, da ist ein Weg runter. Und ich merke gerade, mein Licht ist aus. Was bist du? Emergency Evacuation Exit 2. Hey, wir sind wieder hier. Okay. Aber wenigstens ein Instant Heal. Und ich glaube, ich tue die Pfeile mal Frost verzaubern. Kann ich bereits Frost aus? Ja, das ist so. So, so, so. Und kann ich nicht benutzen, weil die Eros noch giftig sind. Ich kann sie nicht entzaubern. Oh, Mist. Okay, dann müssen wir halt damit leben. Hier kommen wir ja nicht mehr durch. Nur hier. Und die sehen alle recht ungewöhnlich aus. Selbst hier gibt es solche Kanonen. Und eine andere. Äh. Äh. Ja, toll. Wo kriege ich einen blauen Gem jetzt her? Oder besser gesagt den roten. Hier ist nämlich eigentlich nur Emergency. Hier. Hier. Das ist ja bloß, ich habe einen Fehler gemacht, als ich den Game reingesteckt habe. Oder öffnet sich sowas? Nö. So öffnet sich nichts. Weil du bist der East Wing Connectors Control. Ich eigentlich erwartet, dass hier was aufgeht. Ha. Ha. Da hatte ich auch schon reingeguckt. Da hatte ich auch schon reingeguckt. Da hatte ich auch schon reingeguckt. Hier kann ich nur hier hin. Weil das macht absolut nichts, oder? Nein. Hm. Weil das hier sieht schon mal wieder recht interessant aus. Naja, den Blutgem, den ich noch habe, den willst nicht. Und ansonsten habe ich nichts. Hm. Da komme ich da lang, da will ich aber gerade. Nicht lang, ich will hier erstmal wieder hier rein. Weil ich weiß, da war was zum Shiften drin. Äh, war hier der geheime Hebel, oder war das die Fackel? Nein, die Fackel war es schon mal nicht. Da lang geht's so. Weil ich weiß, hier war schon mal ein Shift. Den ich benutzen kann. So. Das war Airmagic, nämlich das hier. Okay, die Richtung war es nicht. Ich habe mich gerade irgendwo reingeschifftet. Wo alles tot ist. Ah, was haben wir denn hier? Stuff Defense. Sehr schön. Pickaxe. Noch mehr Knochen für ihn. Iron Bassinet. Untethered Cloak. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Okay, nochmal den Wisp-Shift anwenden. Ähm. Gibt's hier die Richtung was, wo wir noch weiter shiften könnten? Vielleicht. Nein, in der Richtung gibt's nichts. Also können wir nur nach unten oder vielleicht noch in die Richtung. Nein. Also können wir nur zurücksiften. Okay. Okay, wir sind wieder hier drin. Und dort hätten wir noch mal eine Wasserquelle. Aber Wasser bringt halt absolut nichts. Aber wir haben für alle Fälle nochmal Wasser. Gott, das ist wieder hinter uns zugegangen. Das macht nicht so viel aus. Hier gab's ja keinen Wisp-Shift mehr. Und ja, ich muss wahrscheinlich irgendwo gucken, wo ich einen Blutjam herkrieg. Da lang kann ich mich nicht shiften. Nur in die Richtung kann ich mich shiften. Okay. 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 Und hier habe ich halt auch nichts hinterlassen gehabt. Hier ist gar keine Möglichkeit zu shiften. Hier könnte ich mich halt nochmal umgucken, ob ich irgendwo Crossbow-Cravels liegen gelassen habe. Also Armbrustbolzen. Ich weiß nämlich, ich habe ein paar für die Armbrust, die ich habe, liegen gelassen. Okay.